Der Teufel soll dich holen, Mäcki. Jeden Tag, dasselbe, jeden Tag. Und das seit 15 Jahren versage. Das ist der Hamburger Tankwart Hannes Meckelfeld. Du warst mal ein verdammt begabter Borsche, Feldin. Das ist der Münchner Schickeria-Maler Joe Feldin. Ich glaub das nicht. Die Leute, ich mir sehen, haut auf! Was wollt ihr? Kunst wolltet ihr? Wollt ihr, die könnt ihr haben? Eure verdammte Kunststücke haben! Ich fühle mich überfordert. Total überfordert. Komplett überfordert. Das ist Rechtsanwalt Dr. Günter Zack aus Salzburg. Mann, heißen Sie sich zusammen! Das tue ich bereits. Ich bin auf dem besten Weg. Wissen Sie, was Sie mich kennen? Zack! Ja, genau. § 36. Empfehle mich. Zack! Und das ist der gemütliche Wiener Kaffeehauspächter Ludwig Havradill, genannt Wiggerl. Scherben bringen angeblich Glück. Alle vier haben ein Problem und vor dem laufen sie davon. Aber alle vier haben auch einen Traum. Den sonnigen Süden. Der Sonne entgegen, frei wie der Wind, Grenzenlos leben, wo wir raus sind. Der Sonne entgegen, weit fort von dir. Auf neuen Wegen leben wie dir. Auf neuen Wegen leben wie dir. Auf neuen Wegen leben wie dir. Der Sonne entgegen, weit fort von dir. Untertitelung des ZDF, 2020